Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg. Hallo und willkommen, heute ist Mittwoch, der 20. März. Ich bin Clemens Benke. Ja, was ist los bei uns in der Stadt? Was beschäftigt die Hamburgerinnen und Hamburger? Worüber spricht man bei uns? Das hört ihr hier in unserem Stadtnachrichten-Podcast, montags bis freitags immer um 17 Uhr online, überall wo es Podcasts gibt. Und pünktlich zum Feierabend um halb sechs beim Radiosender Hamburg 2. Und immer auch mit Gästen, die in unserer schönen Stadt etwas bewegen. Und heute geht es um Einsamkeit. Einsamkeit ist ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Viele Hamburgerinnen und Hamburger fühlen sich einsam, dazu gibt es aber keine konkreten Zahlen. Man geht davon aus, dass vor allem ältere Menschen von Einsamkeit betroffen sind. In Großbritannien gibt es sogar ein Ministerium für Einsamkeit. Ja, soweit sind wir hier noch nicht, aber es gibt engagierte Menschen, die etwas gegen die Einsamkeit ihrer Mitmenschen unternehmen. Die gemeinnützige Initiative All Inclusive, die hatte ich euch vor ein paar Wochen vorgestellt. Und heute ist Rumi Karyakov bei mir. Sie hat mit weiteren ehrenamtlich an diesem Projekt arbeitenden Unterstützerinnen und Unterstützern Post mit Herz ins Leben gerufen. Wir von Post mit Herz kämpfen gegen die Einsamkeit und setzen uns dafür ein, dass sich Menschen nicht vergessen fühlen. Ja, wie Post mit Herz das macht und wie ihr da alle mitmachen könnt bei dieser wunderbaren Aktion, dazu jetzt mehr im ausführlichen Gespräch mit Rumi Karyakov. Den aktuellen Hamburg Nachrichtenüberblick, den gibt es dann am Ende dieser Folge. Nächste Woche ist Ostern und deshalb sprechen wir heute auch über Einsamkeit. Denn gerade vor und während der großen Familienfeste, da gibt es viele Menschen, natürlich auch bei uns in der Stadt, die sich besonders einsam fühlen. Und dagegen unternimmt mein heutiger Gast mit seinem Team etwas und das finde ich ganz, ganz toll. Ich freue mich über Rumi Karyakov, die heute bei mir im Podcaststudio ist, hier bei Hamburg Aktuell. Hallo Rumi, erstmal schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Rumi, bevor wir konkret über eure Aktion Post mit Herz sprechen, wie bist du eigentlich auf das Phänomen Einsamkeit aufmerksam geworden? Also was hat dich an dieses Thema gebracht? Also den Verein Post mit Herz, beziehungsweise also die Aktion Post mit Herz, haben wir im Jahr 2020, im ersten Corona-Jahr gegründet, im Winter, im ersten Lockdown. Aktion Post mit Herz, weil wir mittlerweile ein Verein sind, aber damals waren wir es halt noch nicht. Und das war ja das erste Mal, dass wir wirklich so mit Einsamkeit konfrontiert wurden. Wir alle eigentlich. Genau, nicht nur ich persönlich, sondern ja alle. Und vor allem ja auch Menschen, die potenziell noch mehr betroffen waren, weil sie einfach sozialer isoliert waren. Also Menschen in Einrichtungen, sozialen Einrichtungen, Pflegeheimen, es war ja Besuchsverbot. Es waren ja ganz tolle Kontaktbeschränkungen. Ja, es gibt so viele Dinge, die vergisst man ganz schnell wieder. Die hat man nicht mehr auf dem Zettel. Es war ja tatsächlich so, wir durften unsere Großeltern nicht besuchen. Die waren isoliert in den Pflegeheimen, in den Krankenhäusern. Konnte man nicht rein, man konnte kranke, verwandte Freunde nicht besuchen. Das ging einfach nicht. Das war echt Isolation. Ja, absolut. Also totale Isolation. Und wir hatten ja noch das Privileg, uns doch irgendwie zu sehen. Sagt man, wir jüngeren Leute. Ja, das stimmt. Da durfte man sich ja ein bisschen mal nicht an die Regeln halten. Aber andere Menschen halt nicht. Und so, ja, da ist der Gedanke entstanden tatsächlich. Dass es einsame Menschen gibt und die gibt es ja immer noch, auch nach Corona. Genau. Also das Thema Einsamkeit ist natürlich jetzt nicht neu erfunden worden. Aber da wurde es uns einfach besonders bewusst. Und es war einfach so präsent, dass wir gedacht haben, okay, irgendwas müssen wir machen. Und dann war es eine ganz kleine Idee. Und aus dieser Idee ist dann auf einmal was ganz Großes entstanden. Und hat sich weiterentwickelt. Und wir wussten ja auch absolut nicht, wo die Reise hingehen wird. Oder wie das überhaupt wird. Wir dachten, wir helfen so ein bisschen im Kleinen und verteilen vielleicht so Postkarten an vielleicht wohnungslose Menschen. Und sagen, hey, wir denken an euch. Wir sind trotzdem alle eins. Romy, wir kommen gleich nochmal auf die Aktion natürlich im Einzelnen zu sprechen. Ich habe mal nachgeguckt, ich wusste das selber nicht. Es gibt in Großbritannien als erstes Land weltweit gibt es ein Ministerium für Einsamkeit. Das haben die ins Leben gerufen, seit 2018 tatsächlich. Neun Millionen Menschen gelten in Großbritannien als einsam. Da hat man Erhebungen gemacht. Die gibt es für Hamburg, glaube ich, nicht. Oder ist dir da was bekannt? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja, oder für Deutschland. Aber wäre so ein Ministerium nicht auch was für uns? Also Bedarf wäre da wahrscheinlich. Absolut. Also wir finden ja auch, dass das Thema Einsamkeit absolut mehr Gehör noch bekommen könnte. Ja. Und einfach noch mehr Fokus und dass es einfach mehr Thema wird. Einsamkeit macht auch krank. Also das wissen wir. Ja. Was führt denn zur Einsamkeit deiner Meinung nach? Ich glaube, Einsamkeit ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema, weil Einsamkeit auf so vielen Ebenen stattfinden kann. Auf der anderen Seite kann es sein, weil man vielleicht auch sozial isoliert ist, aus Gründen. Muss ja gar nicht nur soziale Einrichtung sein, kann auch die Person in einer eigenen Wohnung sein. Also auch junge Menschen sind betroffen übrigens. Genau, absolut. Das ist ja wirklich, es geht ja von jung bis alt, durch alle Generationen. Und das ist das eine, dass man quasi räumlich getrennt ist von anderen. Das erzeugt Einsamkeit. Aber ein wichtiger Faktor ist, glaube ich, aber auch die innere Konstitution. Dass Einsamkeit wirklich im Innen stattfindet. Also deswegen ist es so eine räumliche Ebene, eine emotionale Sache. Es ist so individuell. Man kann sich selbst in der größten Gruppe einsam fühlen. Wenn es vielleicht nicht die richtigen Menschen sind oder man nicht gesehen wird, verstanden wird. Genau, also nicht die richtigen Themen, nicht seinesgleichen. Also da ist noch so viel Aufklärungsarbeit auch. Ja, das scheint mir auch so. Ist es auch ein schambesetztes Thema? Absolut. Also keiner will gerne einsam sein. Das hat immer sowas wie, ich gehöre zu keiner Gruppe, ich habe keine Peergroup, ich habe keine Freunde oder sowas. Ja, und ich glaube auch, dass Einsamkeit, also es ist super schambesetzt. Vor allem, weil die Leute auch denken, dass sie schuld daran sind. Ich glaube, deswegen ist es so schambesetzt, dass man denkt, ich fühle mich irgendwie einsam, das ist ja meine Schuld. Dann bin ich uncool oder ich habe nicht genug Freunde oder es liegt irgendwie an mir. Dabei kann man da gar nichts für. Und vor allem, es gibt einen Zustand der Einsamkeit und es gibt ein Gefühl der Einsamkeit. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Beschreib mal den Unterschied so ein bisschen. Ja, was ich auch meinte mit, man kann in einer Gruppe sein und sich einsam fühlen, weil man sich nicht verbunden fühlt mit den Menschen. Weil es nicht die Menschen sind vielleicht in dem Moment. Oder die nicht zuhören, die nicht die gleichen Themen haben, nicht die gleichen Ansichten. Und dann gibt es den Zustand der Einsamkeit. Und das ist ja wirklich wie, Beispiel, ich ziehe woanders hin. Zum Studieren, zum, keine Ahnung was. Ich muss neue Leute kennenlernen, wohne alleine, habe nicht viele soziale Kontakte. Und dann kann man sich auch einsam fühlen oder man ist dann auch einsam. Beziehungsweise Einsamkeit, Alleinsein. Also es ist ein weites Feld auf jeden Fall. Und es gibt, glaube ich, auch noch viel zu tun diesbezüglich. Viel Aufklärungsarbeit auch. Vor allem ältere Menschen sind auch betroffen von Einsamkeit. Darüber haben wir schon gesprochen. Was hat das für Gründe? Das sind meist Verlustthemen, die da eine Rolle spielen wahrscheinlich auch. Verlustthemen plus im Alltag, gerade so in den sozialen Einrichtungen und Pflegeheimen, wo wir auch schon sein durften, sieht man ja auch, dass die auch eingeschränkter sind mittlerweile. Sei es mobil oder vielleicht auch geistig. Dementsprechend nehmen sie auch nicht mehr so aktiv am sozialen Leben teil. Und vielleicht auch durch Verlusterfahrungen. Die Eltern sterben, der Partner stirbt und plötzlich ist man alleine. Man ist alleine, genau. Also jeder ist von dem Thema übrigens oder kann von dem Thema betroffen sein. Da soll sich keiner safe fühlen, dass er nicht auch irgendwann von Einsamkeit betroffen ist. Ja und es gibt ja auch so Momente, da hat man es vielleicht mehr oder weniger. Es kann ja auch wieder weggehen und wieder da sein. Also wir sind ja alle betroffen. Ja. In irgendeiner Form. Und auch in Phasen unseres Lebens. Du bist viel in Einrichtungen auch gewesen und hast mit einsamen Menschen gesprochen. Höre ich das richtig raus aus dem, was du erzählst? Wir durften jetzt im Rahmen unserer Aktion tatsächlich in den letzten Aktionen bei einigen Drehs dabei sein. Also wenn hier in Hamburg gedreht wurde, waren wir auch dabei oder genauso quasi die Zuständigen. Und das war immer eine wundervolle Erfahrung. Wo wart ihr da zum Beispiel? In was für Einrichtungen? Nur in Pflegeheimen. Im Pflegeheimen. Ja genau, weil die anderen Einrichtungen tatsächlich sehr sensibel zu halten sind. Gerade auch so Obdachlosenhilfen. Das ist ja nochmal ein deutlich schambesetzteres Thema. Oder auch Menschen mit deutlichen Beeinträchtigungen. Das hat auch mit Einsamkeit zu tun. Obdachlosigkeit. Unbedingt. Ja unbedingt. Das merkt man schon. Ein weites Feld. Ganz, ganz, ganz doll. Jetzt haben wir einen langen Anlauf gemacht, um auf euer Herzensprojekt zu sprechen und zu kommen. Ja, da war was. Ja, da war was. Genau. Ja, das haben wir schon gesagt. Vor allem ältere Menschen sind auch von Einsamkeit betroffen. Und da setzt auch eure Idee an. Post mit Herz. Erzählt doch einfach mal ein bisschen was. Was ist das für ein Projekt? Also wir haben unseren Verein, Entschuldigung nochmal, das war ja erst eine Aktion. Okay. Das ist ein bisschen gerade. Wir haben die Aktion Post mit Herz im Jahre 2020 gegründet. Im ersten Corona-Lockdown. Da kam uns ja die Grundidee, da haben wir auch vorhin schon viel drüber gesprochen. Wer ist denn wir, Rumi? Wir sind elf Freunde aus Hamburg, die sich zusammengetan haben. Toll. Sich vorher alle auch gar nicht kannten. Ach, tatsächlich. Deswegen, wir haben uns dadurch kennengelernt. Also innerhalb des Freundeskreises ist die Idee entstanden. Und dann haben wir uns quasi Leute dazugeholt, weil wir ja verschiedene Bereiche abdecken mussten. Und alle, die bei uns von Anfang an dabei waren, wir sind alle im Herzen dabei gewesen. Also es war so eine Herzensgruppe von Anfang an, weil das Thema einfach so zusammenschweißt. Genau. Und dann in der ersten Aktion haben wir mit gar nicht so viel Resonanz gerechnet und waren überwältigt. Wir dachten, vielleicht schreiben wir hundert Karten oder ähnliches. Aber es waren Tausende. Wir haben Beiträge gedreht, wir haben Anfragen bekommen, wir haben Interviews gegeben. Wir waren völlig überrannt und völlig überrascht. Also die Grundidee war schon immer da erst mal. Also wir schreiben Karten, Post an Menschen, die in Isolation sind, die in Einsamkeit sind. Das war eure Idee, ne? Genau, das war die Idee. Und erst im Kleinen und dann haben wir gedacht, nee, das können wir gar nicht persönlich machen, weil dann erreichen wir nur eine Handvoll Leute. Das müssen wir viel, viel größer machen und größer denken und vor allen Dingen deutschlandweit denken. Ja, toll. Weil es einfach viel mehr Leute betrifft. Und dann sind wir halt online gegangen und so konnten wir viel mehr Menschen erreichen. Durch diese Online-Präsenz, durch Social Media. Also Post mit Herz ist eine deutschlandweite Aktion. Ja. Und ihr arbeitet, das hast du ja schon gesagt gerade, ihr arbeitet mit vielen Einrichtungen zusammen, deutschlandweit. Ja. Beschreib mal ein paar. Welche sind das zum Beispiel hier in Hamburg? Hm, also ich kann jetzt keine konkreten Namen nennen, aber nur verschiedene, also es sind verschiedene soziale Einrichtungen dabei. Ja. Wie Pflegeheime natürlich, Obdachlosen-Einrichtungen, Unterkünfte, Frauenhäuser, sogar Hospize, Kinderhospize und auch andere Hospize. Ähm, Tagespflegen. Also wirklich. Ganz breit gefächertes. Also von bis, wirklich von auch Kinder zu älteren Menschen und ähm, ja. Und diese Einrichtungen habt ihr dann angeschrieben, als die Idee sich so entwickelt hat? Also habt ihr gesagt, Mensch, jetzt lass uns doch erstmal damit anfangen, dass wir Einrichtungen anschreiben und fragen, ob die überhaupt Lust haben, da mitzumachen, ob die Bedarf sehen? Ja. Oder wie ist das abgelaufen? Ja, genau, so ist es gelaufen. Eigentlich ganz lustig, jetzt wieder so zurückzudenken. Ja, guck mal. Ich hab schon die Gelegenheit dazu. Bisschen so ein Selbstläufer. Aber wir haben damit angefangen, uns Einrichtungen im Internet rauszusuchen, Excel-Listen zu erstellen aus den jeweiligen Bundesländern. Ja, guck mal. Und dann alle abzutelefonieren und per E-Mail anzuschreiben und quasi wie Kaltakquise. Und die meisten haben gedacht, was ist das? Wieso? Die erste Frage war immer, was kostet uns das? Und wir so, ja, gar nicht. Und erst mal so, aber warum sollten wir dann Post bekommen? Oder so. Also wir mussten es echt erklären und also die Leute fanden es toll, aber auch so ein bisschen argwöhnisch, dass sie gedacht haben, zu gut, ne? Hä? Ja, das gibt es ja. Komisch, aber wieso wollt ihr uns einfach was Gutes tun? Ja, das wird dann erstmal in Frage gestellt. Auch seltsam eigentlich, ne? So dieses, wo ist der Haken? Und wir so, es gibt keinen Haken. Ja. Hm, okay. Und dann haben sich die ersten Einrichtungen angemeldet und waren ja auch irgendwie mutig. Die wussten ja gar nicht, was sie erwartet. Ja, und dann waren sie positiv überrascht und dann ging es weiter. Das heißt, ihr habt jetzt Adressen von ganz vielen Einrichtungen. Wie viele sind das deutschlandweit? Ungefähr? Mittlerweile haben wir knapp 6000 Einrichtungen, die bei uns angemeldet sind. Echt viel, ne? Und in Hamburg sind das? Weißt du das? Nee, da habe ich leider keine Zahl, die nur in Hamburg sind. Ja. Aber Hamburg ist auf jeden Fall auch mit dabei und gut vertreten. Hamburg ist sehr gut vertreten, ja. Also ihr habt die Adressen, die Namen dieser Einrichtungen, wisst auch, was für Einrichtungen das sind und die Adressen könnt, dürft ihr dann rausgeben an Menschen, die euch unterstützen wollen, die eben Karten, Post schicken wollen. Genau. Also man meldet sich bei uns auf der Website an unter www.postmitherz.org und dann kann man sich für Karten registrieren oder anmelden. Dann gibt man seinen Namen ein, seine E-Mail-Adresse, muss das bestätigen und dann kann man sich quasi Einrichtungen zuweisen lassen. Je nachdem, wie viel Karten man schreiben möchte. Das geht in der Weihnachtsaktion bis zu 10 Karten pro Person, in der Osteraktion jetzt waren es bis zu 15 Karten pro Person und dann werden einem die Einrichtungen zugewiesen und die Adressen. Okay, also schreibt man auch eine bestimmte Person an dann oder nur die Einrichtung? Nee, nur die Einrichtung. Das wird in der Einrichtung dann verteilt. Genau, das wird in der Einrichtung verteilt und jede Einrichtung schreibt auch einen kleinen Text über sich. Okay, die stellen sich quasi vor, das ist auch nochmal toll. Oder auch wenn zum Beispiel Leute an Demenz erkrankt sind, dann weiß man, hey, vielleicht ein bisschen weniger Text, ein bisschen mehr malen oder auch basteln und Haptik. Und das ist immer ganz schön für die SchreiberInnen, einen kleinen Text zu haben als Beschreibung. Okay, also es gibt ja, weil du gerade gesagt hast, basteln und Haptik, also es geht nicht nur um Text. Also man kann auch kleine Paketchen oder so schicken, ist das auch möglich? Nee, also eher nicht. Wir sagen mal, okay, von Geschenken abraten. Alles so kleine selbstgebastelte Sachen, wie ein kleiner Anhänger oder so. Die einfach in ein Briefkuvert reinpassen. Kann man machen, keine Lebensmittel und auch keine großen Geschenke, weil es einfach ungerecht ist, auch den anderen gegenüber. Dann kriegt einer ein Geschenk und die anderen gehen sozusagen leer aus. Gucken dann, ja, nee, das ist auch nicht schön. Aber du sagst, also die Bewohner, die werden nicht persönlich angeschrieben und die Heimleitung verteilt dann sozusagen die Post. Es wäre natürlich schön, wenn alle das dann bekommen würden, wenn alle Post bekommen würden. Es bekommen auch alle Post. Okay, da ist das so. Ja, die Einrichtungen melden sich mit einer gewissen Anzahl an Karten an und dann werden die auch komplett abgedeckt. So, das ist unser Ziel. Okay. Und dann bekommt jeder Post, wie die Einrichtung das macht. Das ist jedem quasi selbst überlassen, dem Pflegepersonal. Ganz oft machen die auch ein Event raus. Dann setzen sich alle zusammen. Super. Dann dürfen sie alle eine Karte ziehen oder wird ihnen zugeteilt. Und das ist ganz schön. Entweder wird es vorgelesen, die Karte, oder sie lesen selber oder sie tauschen sich aus. Und auch über die Bilder. Und da passiert ganz, ganz viel. Da fällt mir ein, dass ihr auf eurer toll gestalteten Seite auch Fotos und ich glaube auch ein kleines Filmchen dazu habt. Wie diese Karten und Post, wie die verteilt wird und was für Aktionen es dann vor Ort gibt sozusagen. Ja. Und das ist natürlich auch immer wunderschön zu sehen. Gerade die Rückmeldung. Wir sitzen ja ganz viel quasi im Hintergrund und organisieren das alles. Und wenn wir dann aber so Videos bekommen oder auch Rückmeldungen, auch schriftlich in Form von Videos, Bildern etc., da geht uns das Herz auf. Und da wissen wir, genau dafür machen wir es. Und wir wollen mehr davon. Und genau diese Gesichter, dieses Strahlen, die Tränen, die hochkommen bei den Menschen. Und einfach diese Rührung auf der anderen Seite zu sehen. Gebt ihr denn Tipps für Formulierungen? So was? Ja, haben wir auch. Also auf unserer Instagram-Seite haben wir so Schreibtipps in den Story-Highlights. Da kann man sich so ein bisschen durchwurschteln und so ein bisschen gucken, was soll ich schreiben? Ist ja auch eine kleine Barriere, einem fremden Menschen zu schreiben. Ja, klar. Man hat ja keinen persönlichen Hintergrund sozusagen. Nee, genau. Oder wie fange ich an? Du, sie. Wer bekommt die Karte? Und da sind einige schon ein bisschen, ich sag mal, blockiert am Anfang. Aber wir haben mittlerweile eine echt tolle Community. Und wir haben die Schreibtipps der Community quasi ein bisschen zusammengefasst. Und jeder hat so ein bisschen Hilfe. Kann sich daran orientieren dann auch so ein bisschen. Ja, genau. Die jetzige Aktion ist die Osteraktion, nenne ich jetzt einfach mal so. Und Einsendeschluss ist nämlich auch schon bald, am kommenden Samstag, glaube ich. Der 23., genau. Also man kann da eigentlich theoretisch noch Karten losschicken, ne? Man kann noch. Heute Abend noch sich mal hinsetzen, morgen und Samstagmorgen vielleicht auch. Aber es ist ja nicht die einzige Aktion, ne? Die nächste wird dann wahrscheinlich auch stattfinden. Ist das so, dass diese Aktionen, Post mit Herz, immer an Ferien, an Urlaub, an Feiertage gebunden sind? Und da sind ja Menschen dann besonders einsam. Also wir haben zwei Aktionen im Jahr. Das ist die Osteraktion, beziehungsweise Frühlingsaktion und die Winter-Weihnachtsaktion. Weil das sind natürlich Anlässe, wo es besonders irgendwie zur Einsamkeit kommen kann. Also wir haben ja das auch zu Weihnachten gegründet. Ja. Also das war der Anlass. Weil wir gesagt haben, gerade jetzt zu Weihnachten und dann auch noch isoliert und keinen Besuch bekommen. Und das ist ja dann nochmal doller. Ja, glaube ich. Und genau, die zwei Aktionen im Jahr. Wir wachsen wirklich stetig und jährlich und freuen uns sehr darüber, dass immer mehr Einrichtungen auch teilnehmen. Immer mehr SchreiberInnen. Und ja, dass die Resonanz weiterhin so gut ausfällt. Und zwischen den Aktionen, wenn die nicht läuft, kann man sich gerne auch für unser Newsletter anmelden. Auf unserer Website. Weil dann informieren wir nämlich wieder, wann es losgeht. Wann es losgeht. Newsletter haben wir jetzt erwähnt. Eure Seite natürlich auch. Und ihr seid auch bei Instagram unterwegs. Instagram und Facebook, genau. Kann man über diese Zeiten hinaus auch persönliche Post loswerden an Einrichtungen? Oder ist es dann eher schwierig? Eher schwierig. Also wir haben bewusst zwei Aktionen im Jahr gewählt. Weil es für das Pflegepersonal auch einen gewissen Aufwand bedeutet. Das Sichten, das Verteilen, das Gemeinsamlesen. Ja, ja, natürlich. Wir finden einfach, wenn es so zwischendurch passiert, dann ist es auch… Es ist nochmal was Besonderes. Genau, wenn es so zweimal im Jahr ist, dann freuen sich die BewohnerInnen auch schon drauf und sagen, Weihnachten, wir kriegen wieder Post und Ostern jetzt. Und das hat nochmal einen anderen Effekt. Und sag mal, Rumi, jetzt bei der aktuellen Osteraktion, wie viele Karten sind denn bis jetzt schon zusammengekommen? In der jetzigen Osteraktion durften wir bereits über 86.000 Karten vermitteln. Wahnsinn. Und insgesamt haben wir… Über 86.000? Wow, wow, toll. Das ist wirklich eine enorme Zahl. Eine fette Zahl, ja, toll. Und insgesamt konnten wir bereits über 500.000 geschriebene Karten vermitteln. Insgesamt seit Bestehen von Post mit Netz. Seit Bestehen, genau. Über eine halbe Million, was einfach eine Wahnsinnszahl ist. Hammer, ja. Und vor allen Dingen steckt ja auch hinter jeder, also die Zahl klingt so groß, aber hinter jeder Karte steckt ja auch ein Mensch. Und das muss man sich deutlich machen, ein Mensch, der sich darüber freut und der eine persönliche Post bekommt und liebevolle Zeilen. Ein Mensch, der die Post bekommt und auch, finde ich, auch erwähnenswert, einer, der sich die Mühe macht, in Anführungsstrichen, so eine tolle Post auch zu verschicken und da einfach mitmacht. Wahnsinn, ja. Also da unbedingt nochmal mitmachen, wer das jetzt hört, auf jeden Fall mitmachen. Jetzt sagt nochmal genau, Rumi, wie das geht. Also was macht jetzt jemand, der sagt, ich muss da unbedingt dabei sein, was muss der jetzt machen? Also die Anmeldung erfolgt eigentlich ganz simpel auf unserer Website. Okay. Da meldet man sich. Postmitherz.de. Genau, auf www.postmitherz.org. Punkt.org. Und da meldet man sich als Kartenschreiber oder Schreiberin an. Dann registriert man sich mit seinem Namen und seiner E-Mail-Adresse. Dann bestätigt man die E-Mail und dann kann man sich für die Anzahl an Karten quasi, also die kann man anklicken und dann bekommt man die Adressen zugeteilt. Okay. Also Karte sucht ihr euch dann selber raus. Ja. Genau. Karte und Porto. Finde ich auch schön. Es gibt schöne Osterkarten, schöne Motive. Also ist überhaupt kein Problem. Porto natürlich auch. Völlig klar. Ja. Und ansonsten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und das ist natürlich ganz, ganz toll. Ja, also die Leute basteln da auch die wundervollsten Karten, die legen sich ins Zeug, geben sich Mühe. Das ist Wahnsinn, was da entsteht. Ja, es gibt wie gesagt ein paar Beispiele auf eurer Seite auch. Macht auch Spaß, da vorbeizugucken. Macht das auf jeden Fall auch mal auf der Seite von Postmitherz vorbeigucken. Rumi, ich drücke nochmal die Daumen, dass nochmal ein paar tausend zusammenkommen jetzt für die jetzige Aktion. Ganz, ganz toll, dass du hier warst. Und alles Gute weiterhin für diese großartige und tolle Aktion Postmitherz. Danke, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank. Hamburg aktuell. Das ist euer Stadtnachrichten-Podcast von Hamburg 2, montags bis freitags immer um 17 Uhr. Was ist sonst noch los bei uns in der Stadt? Hier ist unser aktueller Hamburg-News-Überblick mit Markus Stehn aus unserer Stadtnachrichten-Redaktion. Dieser Termin elektrisiert alle Fußballfans in unserer Stadt. Die Deutsche Fußballliga hat jetzt die Spieltage 31 bis 33 der 2. Bundesliga-Zeit genau angesetzt. Und damit ist klar, dass unser Stadtderby HSV gegen Pauli am Freitag, den 3. Mai in unserem Volksparkstadion stattfindet. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Das Hinspiel am Millern-Tor war 2 zu 2 ausgegangen. Und noch eine gute Nachricht vom Fußball. In knapp drei Monaten geht endlich die Fußball-EM los. Fünf Spiele laufen bei uns im Volksparkstadion. Und jetzt steht fest, wir dürfen beim Public Viewing auch nachts noch jubeln. Denn während unserer EM kann das auch nach 22 Uhr erlaubt werden. Das hat jetzt das Bundeskabinett per Verordnung beschlossen. Ursula, das heißt konkret, dass mit dieser Ausnahmeregelung, zum Beispiel hier in Hamburg, gemeinsames Fußballgucken im Freien bis in die Nachtstunden möglich ist. Die Ausnahme bei der Heim-EM gibt es, wie auch schon bei früheren Turnieren, damit auch die Fans zusammen jubeln können, die keine der raren Stadionplätze ergattert haben. Gut, jedes zweite, der insgesamt 51 Spiele, wird erst um 21 Uhr angepfiffen, heißt, die zweite Halbzeit fällt in die eigentliche Nachtruhe. Und die Betreiber der Biergärten und Bars können die Lautstärke der Fans da wohl kaum noch maßregeln. Die Kommunen können die Public Viewing-Veranstaltungen auch ablehnen, zum Beispiel, wenn die Bildschirme zu nah an einem Wohnhaus stehen oder dort schon in den Nächten davor wild gefeiert wurde. Danke, Ursula. Aber da wollen wir jetzt mal lieber keinen Behördenmitarbeiter auf dumme Ideen bringen. Die rot-grüne Bundesregierung in Berlin hat heute die sogenannte nationale Hafenstrategie beschlossen. Wir haben den größten Hafen Deutschlands, also war das für unsere Stadt natürlich besonders wichtig. Unsere Wirtschaftsbehörde begrüßt auch das Vorhaben, ist aber noch nicht ganz zufrieden. Warum nicht, Niklas? Die erhofften finanziellen Zusagen gibt es nämlich noch nicht. Eine bundesweite Förderung für die Häfen und ein erhöhter Ausgleich für die besonderen finanziellen Belastungen müsse laut Wirtschaftsbehörde der nächste Schritt sein. Ohne Häfen keine Exportnation. Hamburg ist nicht nur Deutschlands größter Hafen, sondern zugleich der Hafen für Bundesländer, etwa in südlichen Teilen der Republik, so Senatorin Melanie Leonhardt. Der Unterhalt der Häfen sei daher nicht nur die Aufgabe der Länder, in denen sie liegen. In dem jetzt beschlossenen Papier sind fast 140 Maßnahmen aufgelistet, die dafür sorgen sollen, dass deutsche Häfen vorangebracht und digital werden, so Verkehrsminister Volker Wissing. Er sagt aber auch, dass man bei Projekten, die im Bundesinteresse sind, bereit sei, finanzielle Mittel zu stellen. Danke, Niklas. Wenn dann klar ist, wie viel Geld aus Berlin in unseren Hafen fließen soll, sagen wir euch natürlich nochmal Bescheid. Diese und andere Meldungen des Tages führte jede Stunde immer um halb in den Hamburg 2 News tatsächlich die meisten Nachrichten aus unserer Stadt. Hamburg aktuell Ihr hört euren Stadtnachrichten-Podcast montags bis freitags gibt es uns immer um 17 Uhr. Morgen steigen wir in die Welt der Drohnen ein und klären auf, welche Rolle diese Dinger im Krieg zwischen Russland und der Ukraine spielen. Das macht dann wie immer am Donnerstag mein Kollege Marco Steen zusammen mit seinem Gast, das ist Professor Gary Schal von der Bundeswehr-Universität Hamburg. Schal ist Mitglied der Denkfabrik der Bundeswehr. Also ein spannender Gesprächspartner hört da gerne rein in die nächste Folge von Hamburg aktuell eurem Stadtnachrichten-Podcast morgen um 17 Uhr. Ansonsten abonniert uns, empfiehlt uns weiter und für Kritikfragen, Vorschläge und Anregungen könnt ihr euch jederzeit bei uns melden unter stadtnachrichten-in-hamburg-2.de Ich bin Clemens Benke. Bis dann. Tschüss. Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.